Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair Warum denn Windmühle? Willst du mich abfucken? Gute Frage, warum verstehe ich da? Ich finde die ganz cool Ich finde die richtig scheiße Oh, da kommen wir gar nicht dran Hält Blatt hier Oh nein Hat er es jetzt nicht geschafft? Ja, aber er hat es geschafft, oder? Oh, mal rein Wie dumm das aussieht Oh, Junge Bipapipapapau Alter Uuuuh Nein Doch Oh Ey, lass mal die Map jetzt nicht zu schwer machen Alter Als ob das das Ding nicht berührt Oh, da ist Kleber Alter, da ist wirklich Oh! Kleber Ganz schön assi, ey Ja, genau das ist mir auch passiert auch Von da ist besser, wo Alex lang kam Ja, ich glaube die andere Seite ist echt besser Ja, ich bin halt schlau, ne? Boah, zweimal voll hack Nein, du hast die andere Seite nur gefayed und bist auf der anderen Seite gelandet Hahahaha Was? Was? Lass dir mal keinen Kopf hier Hahahaha Hm Wo setze ich das hin? Was ist das denn? Hä? Oh oh Oh, Nilas Oh nein Oh nein Was mach ich? Nein, ey Ich bin nicht so wurstig auf dieser Map, ey, ich raff das nicht Nein, ey Güte, ist aber auch langweilig das Spiel Ich bin auch richtig kacke auf der Map, ey Hahaha Nur die Map ist überhaupt nicht so schwer, ich weiß gar nicht was ihr habt Ich find die übel schwer Ich find die halt auch irgendwie, ich weiß nicht Allein dieser Hitbox da auf diesem Silo ist irgendwie komisch Ja, ist aber ehrlich so Ja Oh, kacke Oh Heißt, jetzt halten wir natürlich so was schwer geworden Das war dumm Du, das Schaf macht so nervige Geräusche Das ist der Shit, alter Hahahaha 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 Alter Scheiß Anadog gerade, das bucht ja einfach Anadog Hm Mach doch nicht so was auch Weiß nicht, wo ich den hinsetzen will, ohne Scheiß nicht Bipapiii Bapapapaa Ich bin zu kacke, ey Was machst du denn hin? Ich bin so... Ich bin so... Tottel Alex Haha Du der hat sich gerade gedreht, das will ich nicht so bei dir Hahahaha 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 Mh Schnell gerne Hahahaha 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 Oh ja Das ist ein Kämpfer Scheiße Was mache ich? Wieso bin ich so wurscht? Warum springe ich denn da? Ja, ihr meint keinen Nullpunkte. Was ist das? Throh ich wieder alles weg, ey. Alter. Was ist das? Das ist nervig, Alter. Komplett am ADS stream, das ist scharf, Alter. Oh, Alex willst du es nennen? Wieso bin ich so kacke? Oho. Da bist du da. Das Ding fällt ja auf dem Dingart auf. Aber es schießt die ganze Zeit gegen den Bein. Oh, mit der langsam kommt das runter, ey. Nein, ich wollt mich grad ducken. Oh, immerhin, ey. Das ist gut. Ich wollt mich grad ducken, ey. It's bad. Ich hab's mit. 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 Neun. Zack voll den 8. Und. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Äh, ich hab's jetzt gewonnen. Ich glaube. Natürlich. Ah. Knappe Kiste. Ja, absolut knapp. Wird mir und jetzt? Bippa-Bing. Aber die Map war wenigstens balanced. Oh, Metallverbrüche ist ein Fragezeichen. Es soll doch direkt mal draufgehen auf das Fragezeichen. Scheiße, scheiß auf euer Fragezeichen. Hallo, wir brauchen auch die Fragezeichen, du gut. Machen wir auch nur unseren Job. Ich brauch die Fragezeichen nicht. Weil die Map ist nicht machbar. Loll? Loll? Wusstet ihr jetzt nicht, dass man da rein kann? Nee. Ich glaub nicht, dass die Map machbar ist. Ich glaub auch nicht. Na, wobei? Ist aber hart, Alter. Du musst an die Seite springen. Ja, du musst an die Seite dran springen. Fuck. Das wird doch... Wird doch nix, ey. Wer hat denn den scheiß Propeller da hingesetzt, Alter? Ja, ich dachte, ihr macht vielleicht mal irgendwas anderes hin. Nein! Ja, genau. Was ist das? Ey, das ist doch... Du bist jetzt natürlich hart an Lacken. Ey, das ist doch frech von dem Spiel. Wie springst du so? Ah, da hab ich so Skilly Vanilli einen rausgeholt, Alter. Bei der Stabilo Move Easy und dann kommt da so'n Pfeiler da. Ich glaub, das geht nur, wenn der nach unten geht. Okay. Boah! Der hat sich aber... Boah! Junge! Warte, Alex! Vielleicht will er aber nicht die Münze verlieren. Toll! Pfeilen die Pfeile daran eigentlich ab? Ja, nein. Die gehen kaputt. Ey, du musst das ja irgendwo hinsetzen, dass wir da rüberkommen. Jetzt muss man dann wieder diesen Kackweg gehen. Was ist das denn da? Boah ist das dumm Bei mir hat der Alex immer keine Münze Bei mir auch nicht Niemand hat die Münze außer dir Niemand hat das Portal außer dir Ja ey das ist ein tolles Komm Arne geh mal vor Wieso stirbt der denn nicht? Hallo der ist sogar ein zweites Portal Der hilft da Oh Danke Der zappelt ab auf den Portal Ey das ist so assi mit dem Scheiß Portal Der ist auch assi mit der Münze Ja welchen Portal hab ich? Du hast keinen Ja gar keinen Richtig Ich mach jetzt ja alles mit Portalen zu Ey du kannst die Dinger in die Portale reinschließen Leute Arne steht bei mir im Boden Hä? Ja was mach ich denn? Wieso spring ich denn nicht? Hä? Wo kam der Pfeil her? Der kam durchs Portal und hat mich getroffen Was? Leute Alter der muss richtig Ey das muss Alter Der war schief und hat mich getroffen Der war schief Ey Jugo das ist ja richtig assi Alter Nein! Ich will das Portal setzen Ja das fand ich assi Ey nicht den Kram blockieren Hör schon Der schießt ja durch Nein Loll Achso es kommt jetzt durchs Portal Loll Da kam schon wieder ein Pfeil raus Hast du gesehen? Loll Nein Oh Gott Na hä? Jetzt funktionieren die Teleporter oder was? Loll Die Helm sind nur Ah guck mal Hä? Du checkst einfach nicht Warum die nicht bei Watzlinge Du weißt Der eine funktioniert bei mir Der Pinker Der eine ist ja auch meine Der Pinker ist meiner Vielleicht funktioniert bei mir immer nur der erste nicht Der gesetzt wird Oder der von mir gesetzt wurde Ich habe ja sonst immer einen Teleporter Nee Sonst ging ja mit ihm irgendwie gar nichts Vielleicht ist es einfach nur der erste der gesetzt wird Der funktioniert bei mir nicht Boing Komm Da war ich da eingefallen Da glaubst du doch selber nicht Wer macht denn da auch so einen Nazi-Schatz? Ja aber das mit dem Teleporter da unten Dass der direkt ins Ziel wirft Das ist natürlich Noch ein Teleporter Also warte mal Ich muss eigentlich erst checken was hier abgeht Jetzt kann ich da nicht mehr rein Nein Hä? Da kommen Pfeile raus Loll ne da sind Pfeile raus Loll die Pfeile Die Pfeile sind komplett assi Loll Ey der eine Pfeile hat mich gekillt aus dem Teleporter Hä? Hä? Ey man das ist Nicht dreckig Dass der Teleporter dich direkt ins Ziel bringt Ey da wächst da so ein Stahldraht da drunter Ja aber das bringt nichts Du bist erst zum Ziel und danach Der Teleporter Ja Boosels Och Wie sollen wir da denn jetzt reinkommen? Äh Ey der Der pinke Teleporter ist halt bei mir noch an Null Schalspiel Das ist bei mir jetzt einfach der erste Teleporter nicht anders, ey Bei mir ist tatsächlich nur der Pinker Nur der Pinke Alle anderen waren aus